Die Welt ist in Bewegung. Überall helfen und bewegen uns Maschinen, Anlagen, Roboter. Angetrieben durch Motoren, deren Kräfte gesteuert, gewandelt und geleitet werden. Antriebstechnik. Unser Fachgebiet seit mehr als 40 Jahren. Und unsere Profession für mehr als 200 Mitarbeiter in Deutschland, Rumänien und China. Die WIAG ist heute ein international agierendes Familienunternehmen mit zahlreichen Firmenbeteiligung, die das eigene Produktions- und Dienstleistungsspektrum erweitern. 1975 gegründet und inzwischen auf über 10.000 Quadratmeter Produktionsfläche angewachsen, befinden sich Verwaltung, Vertrieb und die deutsche Produktion am Stammsitz in die Stadt. Wir sind Spezialisten der Verzahnungstechnik. Hochgenaue Zahnräder, Zahnriemenräder, Kettenräder sowie Sondergetriebe und Baugruppen fertigen wir aus Stahl, Edelstahl, Aluminium oder auch Kunststoff. Täglich erfüllen wir tausendfach die hohen Anforderungen unserer Kunden. Jedes Jahr verlassen mehr als 2,5 Millionen Werkstücke in über 10.000 Varianten unser Haus. Viele Arbeitsschritte sind bis zum fertigen Produkt nötig. Angefangen beim Sägen des Rohmaterials, über das Drehen und Bearbeiten der perfekten Scheiben und Laufräder, bis zum hochspezialisierten Verzahnen und Schleifen. Alles mit höchster Präzision in unserem Maschinenpark aus mehr als 70 Roboter-unterstützten Bearbeitungszentren und CNC-gesteuerten Anlagen. Hochkomplexe Fertigungsanlagen erfordern top ausgebildete Mitarbeiter. In unserer eigenen Ausbildungswerkstatt kümmern wir uns um den Nachwuchs. Spezialisten bedienen und überwachen die einzelnen modernen Maschinen und gewährleisten eine außergewöhnliche Fertigungsqualität, die im Rahmen unseres Qualitätsmanagementsystems ständig überprüft und dokumentiert wird. Ein Zahnrad alleine könnte nicht viel bewegen. Exakt nach Plan werden daher in unserer Montageabteilung Baueinheiten und Sondergetriebe im Kundenauftrag gefertigt, die funktionsbereit und überprüft von uns geliefert werden. Unsere Produktion wird ergänzt durch eines der breitesten Sortimente an standardisierten und kundenindividuellen Antriebsriemen. Die Verfügbarkeit dieser Riemen und von mehr als 20.000 weiteren Komponenten stellen wir auf einer Fläche von über 2000 Quadratmetern sicher. Moderne Lagersysteme in Verbindung mit innovativen Logistikkonzepten garantieren die flexible Versorgung unserer Kunden. In der heutigen globalisierten Welt muss ein leistungsfähiges Produktionsunternehmen auf alle Anforderungen reagieren können. Durch unsere internationalen Produktionsstandorte, die deutsche Qualitätssicherung und ein familiengeführtes, langjährig erfahrenes Management sind wir in der Lage, immer optimale Lösungen für die komplexen Anforderungen unserer Kunden zu bieten. Stillstand kennen wir nicht. Ständig entwickeln wir uns weiter. Reagieren flexibel auf neue Anforderungen und bieten Lösungen, die Impulse am Markt setzen. Antrieb für den Fortschritt WIAC 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 WIAC